hallo und willkommen bei ricks gaming channel heute zeige ich euch mal ein world league gameplay mit der rampart 17 auf frequency die map heißt ja mit der freshen party rock tarnung und in dem match erreiche ich blitzschlag hellstorm und treasure und ja bin lobby bester und wir gewinnen auch die das match stellung heißt also schön viele punkte in im ligaspiel was schon mal natürlich super nice und ja ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen und schön liken kommentieren was ihr als nächstes sehen wollt vielleicht und ja das war es eigentlich von mir ich wünsche euch jetzt noch viel spaß beim zuschauen und ja hoffentlich gefällt euch mein video wenn ich kommentiert was das zeug hält und wir sehen uns beim nächsten mal peace out und wenn ihr euch fragt wieso ein bisschen was verzögert ist nein es liegt nicht an eurem endgerät oder beim handy oder was weiß ich das liegt daran weil ich das gameplay in der kino lobby aufnehmen weiß leider vergessen habe aufzunehmen also ich bin nicht die ganze zeit am aufnehmen deswegen aber ich hoffe die qualität ist immer noch gut weil das spiel hat echt super war wollte ich euch auf jeden fall zeigen jetzt aber genug geredet film ab let's go so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Rick von Ricks Gaming Channel. Jetzt seht ihr auch noch die Ergebnisse von dem Match. War ein sehr sehr nice match auf jeden Fall. Also echt mega 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 nice. Bis zum nächsten Mal.